Hallo und herzlich willkommen bei Frau Engel, mein Name ist Constanze Ring. Heute ist es endlich soweit, es ist der Abend eines der schönsten Männer der Welt, naja, sagen wir es Europas, zumindest Deutschland, aber auf jeden Fall Österreichs und der Schweiz. Sagen wir, ich habe es vergessen, dass das Apfel aus, alle Blicke sind auf Oliver, auch auf der Stille, es ist sein erster öffentlicher Auftritt, seitdem man mit Rom den Müll runtergemacht hat, heute stellt sich Oliver auch an den Witziggewitter und der Weltbevölkerung und erklärt ihnen die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Guten Abend und herzlich willkommen zu Hacht, aber fair. Es ist das Thema, über das alle reden und auch wir müssen heute Abend darüber sprechen. Oliver Poch ist, was wir enden, gewonnen, gewonnen. Oliver Poch ist ja wirklich ein anderer geworden. Haben seine Ehe und seine neunen, nee, fünf, also seine drei bekannten Kinder, haben die ihm wirklich den richtigen Weg weisen können? Hat er die Metamorphose vom frechen Ortslöckl zum charmanten Entertainer wirklich gestartet? Sind die Zeiten von Pressbrust und anderen Brusthaftigkeiten Vergangenheit? Finden Sie die Wahrheit und nichts als die Wahrheit heute Abend selber ausgeschafft. Kamera oder? Nee, Kamera. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Irgendwie klingt das nach dem Titel einer neuen RTL-Show. Aber glauben Sie, das wäre für mich, wenn der Mann nur eine einzige Sendung zusammen machen würde? Also bitte. Aber Sie haben sicher für die Show heute sogar eine Karte gekauft. Na dann begrüßen Sie bitte Ihren Gastgeber des Abends. Hier ist Thomas Oliver Popper. Es ist ein altes Ehe und alles verliebt und er glaubt, dass er gerne den Namen seiner Gäste verwechselt. Bei den nun aufregenden Künstlern handelt es sich nicht um mich, sondern um den Mann in die große Show. Die Wahrheit, wie war die war, was war das? Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, das ist auch wirklich einfach. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit mit eurer Power. Welcome to all the pain. Welcome to all the pain. Meine Damen und Herren, herzlichen Willkommen im wunderschönen Siegel. Herzen Willkommen im wunderschönen Siegel an alle zu Oliver Popper. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Erst muss der Diktatur verschießen, dann muss der seine Kinder ins Bett bringen. Aber heute Abend ist er hier. Wir wünschen Sie mit einem herzlich, aufregenden, aufregenden Anruf der Anstieg. Oliver, ein Dänz, das muss uns vor kommen. Wir wünschen Sie mit einem herzlich, aufregenden Anruf der 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 Anruf. Es ist Abend in diesem Jahr! Ich wünsche euch euch mal den Regen Siegel! Ich bin doch jemand der Jünger, das heißt du. Ja? Wenn das oder Matthäus her fährt! Na, das bin ein Kecker am Dampf! Fängt er dich morgens von der Schilderhaus ab, ne? Hat eines aber schon einen Job. Hier, als einziges Mal, ich hab's schon. Was? Oh, sehr gut. Wo? Bei S&P in Engels. S&P in Engels? Ah, bloß. Ein Kollege. Fans. Ja. Oder einer, der einfach Engels-Kibu. Kenn ich auch. Und wie jung bist du? 20. Und ihr anderen geht sonst alle zur Schule noch, ne? Oh, 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 oh. Nein, ich bin 25 Jahre alt. Okay, okay, okay. Komm mal runter, sorry. Ich hab hier eine Stimmung hier. Guck du, die Art Stimmung. Was war das nun? Parkettbälle. Jetzt ist aber auch mein Parkettbälle genug, dass sie alles gewidmet werden. Das war alles teppich an ihr Parkettbälle nicht. von ihr. Heute eben gerne noch, das ist der Wahnsinn. Parkettbälle, da bist du aber noch nicht die einzige Frau, oder? Ne, es gibt schon ein paar, aber... Natürlich. Weil sie sich vororientiert haben. Und im Gummersbach-Handballspiel und gesagt haben, ich will lieber Parkettbälle. Wunderbar. Ja, aber in einem Titel ist die einzige Parkettbälle. Ja, fertig. Wird das hier ein Schwarz-Grammchen? Wenig. Wenig. Meine Damen und Herren, wie schön gesagt, vielen Dank nochmal und euren Riesen-Aplaus habt ihr fantastisch gemacht. Unsere Kommand-Mass-Ausgabe von Parkettbälle. Auf Wiedersehen! 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 Vielen Dank.